Der Buddy, Buddy, vielen, vielen, vielen Dank. Ihr habt mir nämlich zwei Dream & Nightmare Cases geschenkt. Eine Case, 1,20 Euro. Vielen Dank, Buddy. Gehen wir rein. Ey, Chat, ich mach kein Opening mehr. Die haben einfach die Counter-Strike-Go-Schlüssel erhöht. Also, Chat, hier, ihr plecht momentan für ein Key 2,35 Euro. Junge, die haben einfach unverschämt die Keys erhöht. Junge, wir haben gerade eine Wirtschaftskrise, dann erhöhen die noch die verdammten Counter-Strike-Go-Schlüssel. Was stimmt mit denen nicht? Die Case und der Key. Das sind einfach 3,50 Euro für eine Blau, für die ich am Ende 30 oder 20 Cent bekomme. Also, wenn der heute nicht Gold-Gölt, dann könnt ihr mich achtmal am Arsch lecken. Komm, wir gehen direkt rein. Nicht unnötig spannend machen, einfach reingehen. Die Gold, die Gold abholen. Junge, da war einfach gerade eine Rote. Aber er hat endlich mal gegönnt, Freunde. Wir haben keine Blaue. Junge, einfach Profit gemacht. Wow.